Wir fangen. Grabwächter, Grabwächterin, Mitternacht, Resident Evil Zero. Auf geht's. Wir sind bei Pestpavian. Ich weiß nicht, er hieß nicht Peter. Das könnte Pestpavian Pablo gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher, aber das macht ja nichts. Ich weiß genau, was ich falsch gemacht habe. Bei Pestpavian Pablo bin ich ihm voll auf den Leinen gegangen. Und er hat mich minimal nicht nur mit seinem Fäkalien beworfen, wie man das von Affen gewohnt ist, sondern er hat auch tatsächlich mir in den Nacken gebissen und mich getötet. Das passiert. So sind diese Paviane. Oh, hier ist noch ein Zettel. Habe ich den gelesen? Ich glaube, ja. Liebe, liebe Lars, was ist mit den ganzen Patienten? Ja, das habe ich schon gelesen. Und ja, wir haben uns neue Kostüme besorgt für unsere wunderbar toll aussehenden Leute. Zum einen, um Billys Airbrush-Tattoo zu verdecken, weil der ist nicht wirklich tätowiert, weil das ist kein harter Typ. Das ist kein harter Typ. Alles klar, HiPhone. Hau rein. Danke für das Hosten nochmal. Ciao. Billys ist normalempfindlich. Das ist korrekt. So, ich halte mir auch schon wieder so perfide die Hüfte. Das ist nicht gut. Ich werde einmal... Ich werde auch einmal... 15 Mumpeletten an unseren wunderbaren Billy abgeben. Ach, der lädt direkt. Guck hier, da ist er in seinem neuen Anzug. Ist der motiviert. Da lädt er auch mal selber nach. Ist auch schön. Ja, und wir müssen da in diesen Lüftungsschacht. Offensichtlich möchte das Spiel, dass wir das machen. Und natürlich kann nur Rebecca hineinkrabbeln, weil Resident Evil ein leichtes Problem damit hat, dass Rebecca keine Kurbeln machen kann, die offensichtlich an einem Seilzug sind. Und das ist wirklich ein Airbrush-Tattoo, weil das hat die nur in dem Kostüm, also das ist definitiv Airbrush. Aber bei der ist das auch nicht so schlimm. Nochmal, ich will das nochmal erklären kurz. Sie ist eine Frau. Bei Resident Evil Zero sind Frauen nicht fähig, Dinge zu schieben und nicht fähig, Dinge anderweitig in irgendeiner Form vernünftig zu machen, die mit körperlicher Kraft zu tun haben. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig, liebe Entwickler, liebe Umbrella Corporation. Eine Frau kann mehr als nur der sexy Partner sein. Eine Frau ist eine weibliche Person. Die hat keinen Penis, aber die hat trotzdem Muskeln, wenn sie will. Und sie hat vor allen Dingen eins, Sex-Appeal. Und das darf man nicht unterschätzen. Also wenn sie die Kurbel drehen würde, das würde viel besser ankommen, als wenn das hier unser Haarspangen-Billy machen würde. Neunst Tipp. Naja gut. Genug davon, wir müssen eine Welt regieren. Und zwar die Welt dieses Anwesens. Und dafür müssen wir dieses Rätsel lösen. Und ich weiß zufälligerweise noch, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, warum ich mir sowas merken kann. Ich möchte nicht darüber reden, dass ich mir sowas merken kann. Aber wir sagen einfach, der Ustra, der kann. Weil es sah irgendwie so aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das perfekt funktioniert. Er hat es gemerkt. Ist eine Woche her, seitdem wir das gespielt haben. Keiner, trotzdem noch. Das kann der Ustra. Und jetzt kommt er. Unser Hauptattraktiver Pavian für dieses Mal. Unser Pest-Pavian. Pablo. Pablo. Pabloissimo. Nicht Peter. Aber ihr wisst, wen ich meine. Und. Gucken wir die Katze nochmal. Du hast deine Zeit verbraucht. Ich habe bereits dieses Ort für mich erwähnt. Das bedeutet, dass du durchfälligst. Sehr gut. Und ich bin sehr territorial. Oder nicht? Die seitliche Ansicht von diesem Charakter sieht aus wie Zidane aus Final Fantasy IX. Oder nicht? Da ist er. Unser Freund. Oder nicht? Ich kenne wirklich Sachen. Ah, da ist er! Ah, der beißt dir voll in die Schulter. I. Sehr gut weggesprungen. Aber da gibt der Boden nach. Der Donut war doch zu viel. Ich glaube, die brauchen wir nicht gucken. Die Katze sind jetzt blöd. Ich weiß, Katze sind immer blöd. So, okay. Sie ist dort und sie hängt da ab in der Kelleranlage. Ich muss mal einmal das Auge jucken. Dankeschön. Da werden wir jetzt hingehen mit unserem wunderbaren Billy. Ich weiß noch nicht. Sie hängt offensichtlich an dieser Wand mit zwei Händen und kontaktiert ihn über Funk. Und jetzt sind auch hier Pest-Paviane überall. Pablos Freunde. Und was ich als erstes machen werde, ist hier reingehen, weil wir jetzt hier reingehen können, weil irgendwas ist aufgegangen. Und wir werden uns hier die Items holen. Wir werden nicht gegen die Zombies kämpfen und wir werden auch nicht weiterlaufen. Aber wir werden jetzt hier die Mumpeletten einfach schnappen. Heyo, Mädchen, nicht zu sehen. Weil hier sind all die Mumpeletten, die wir jemals brauchen werden in unserem Leben. Wir haben auch sonst gar nichts. Schnell, es ist Panik. Wir haben nicht mal einen Timer. Ah, die Treppe hoch. Schnell! Schnell! Die Treppe! Was bin ich hier? Wo geht's so lang? Ach ja. Was muss ich nochmal tun? Pest-Pavian-Peter? Nein, es gibt keinen Peter. Pest-Pavian-Paul! Ja, jetzt sehe ich das wieder, genau. Und dieser Idiot, der auch jetzt aufsteht. Weil er denkt, er muss jetzt auch cool sein. Und er will endlich auch mal ein Stück vom Kuchen. Und ich sage, nein. Nein, das will ich aber nicht. Ich weiß auch wirklich nicht, wie viele von diesen Affen der einfach losgelassen hat. All die Affen ist die richtige Antwort. Die nächste Treppe! Hinab! Guck mal, wie ekelig die sind! Aua! Sechs Seelen gefesselt von Bli-Bli-Bla-Bli-Bli-Bli-Bla. Ist mir egal. Wow. Wow, 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 wow! Wall Jump? Come on! Pablo, Paul, Peter? Peter nicht. riesige spinnen jak warum bin ich eigentlich gestorben wenn ich einfach die falsche türen wieder auf hier ist ein bedienfeld knopf drücken nicht anfassen magnum kugeln bedienfeld billy help wo ist die denn hin die frau hier links das ist ein anderes das ist was ganz anderes das ist was ganz anderes das ist ekelhaft nein ich will nicht die macht über die karte nutzen ich muss das wissen ich muss rebecca spüren mit meinen billy senses ach hier bin ich draufgegangen ich erinnere mich ich würde doch auf die karte gucken oder the time has come das ist doch nicht euer ernst die war einfach die in dem raum daneben von mir aus spinnen ich komm schon ich komme ich sehe wirklich aus wie einer von den jakuza oder i give no shit au meine eier wie unhöflich man oh wow da geht sie noch richtig nach unten jetzt geht die katze ihnen doch mit den neuen mit der mit der anderen kleidung und die andere die kürze ging ich nicht mit der neuen kleidung und cool thank you du bist so ein harter typ aber noch jemand auf dem gerät hallo ist das ein schmetterling rebecca bladida was soll's lass uns rummachen hier im keller oh gott bitte nicht oh gott bitte nicht es war rund um diese Zeit letztes Jahr in einer schwülen sommernacht bob hat mir eine haarspange gesucht afrika afrika unsere mission war zu retten von einigen guerrilla forces die tief in der jungel aber das retten war weit weg von unseren claiming beheb von einigen von von den 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 er von 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 Es ist nur noch kein Guerrilla-Hideout. Was bedeutet? Die Idioten in der Hand hatten wir uns aufgrund von falschen Informationen. Aber wir können nicht nur zurück nach Hause weg, oh nein. Unsere Leiter hat uns auf eine Innocenten Kirche besagt. Das wollte ich definitiv in einem Flashback sehen. Ich will dich nicht verurteilen, aber ich will dich verurteilen. Er kann auch nicht zugeben, dass er ein süßer Kerl ist. Ja, finde ich auch. Er ist so ein süßer, ehrlicher... Ah, das ist Rebecca auf die Seite zu halten. Scheiß. Get your shit together. Eine Schreibmaschine im Keller? Easy. Wurde ich alle die Schreibmaschine hinstellen, oder? Welche Sekretärin hat hier jemals gesessen? Praktikant 25. Erster Arbeitstag. Sie haben mich in den dritten Keller unten links hinter dem Boilerraum versteckt. Hier muss ich den ganzen Tag reporten über Abwasser schreiben. Naja, immerhin besser als der Chopper in dem Friseur, wo ich angefangen habe. Ein riesiges Loch liegt vor Ihnen, da die Decke heruntergefallen ist. Ja, deswegen... Weil oben was kaputt ist, magst du es doch nicht, dass es unten auch kaputt ist? Sieht aus, als ob sie sich... Oh, Rebecca, was machst du denn da? Hast du gesehen, wo sie sich kratzen wollte? Willi, hilf mir! Na! Schieß ihn! Schieß auf ihn! Nein, schieß aber auf den Boden, weil ich so aggressiv bin. Ich hab's immer gewusst Diese Pest-Paviane Mit ihren nackten Ärschen Die werden uns alle töten Ich wusste das Und niemand hat auf mich gehört Niemand wollte das wissen Das Böse ist immer noch hier Ja Ich sag das die ganze Zeit Granatenwerfer go Leben kriegt ihr mich nie Ihr Paar wie eine Ärsche Kabumm 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 Der stellt einfach wieder auf Unhöflich Fuck off mit deinem Walljump Get wrecked Oh da kommt noch einer Okay nein Vor allem falscher Alarm Ich will nicht auf Gewächter wechseln Auch wenn die gerade ihr Sex in ihrem Bauch krollt Aber geht grad schon Okay Oh Munition Ich will das mal mit Warum ist Grebecker kritisch Wo kommt das her Wo kommt das her Das hier auf einmal Kritisch ist wieder Glaubwächter Wo kommt das her Warum tut sie das Warum tut sie uns das an Darf sie das Ich hab ich spiele sie lieber Dann hab ich da mehr Kontrolle drunter Hallo Hinter Tor 1 Hinter Tor 1 ist wieder ein Zombie Wir werden versuchen ihm auszuweichen Es können auch drauf gehen Alles hängt jetzt von den nächsten 5 Sekunden Move ab 5 4 3 2 1 go Gut weggedreht Hat er eine Knarre Hat er eine Knarre im Holster Nimm die Knarre mit Ich sehe die Knarre Nimm die Knarre mit Nimm die Knarre mit Nimm die Knarre Offensichtlich brauchen wir die Knarre nicht Jet Was soll wir machen Was soll wir machen wenn wir die Knarre nicht brauchen Rot ist grau Jetzt ist der auch auf der Warnungsstufe What What Das ist nicht gut Dann speichern wir hier nochmal Verzeih mir das ist nach mitternacht Ich darf ein bisschen gehen Und ich darf müde sein Nach einem ganz langen Tag Voller abendfeuer und spaß Auf irgend so einem spektakulum Okay Und zurück Da unten Gab es doch noch mehr Jetzt ist der einfach weg Das ist einfach vaporized zombie Wo ist der hin Wo ist deine Knarre hin Ich finde das nicht gut Also Ich weiß nicht Ist es klar Ich meine deine Pistole funktioniert offensichtlich Du brauchst nicht Zehn Pistolen Auf der anderen Seite ist es eine Pistole Da Du kannst die Überall Es ist Pistole Die kannst du dir Die kannst du dir einfach Noch in die Kimme schieben Wenn es sein muss Ich meine du kannst es ja sichern Ich meine es kann übrigens zu Ladehemmungen kommen In einer halbautomatischen Feuerwaffe Dass sich eine der Hülsen Zum Beispiel verklemmt Oder durch andere Erscheinungen Die Knarre einfach Kurzzeitig unbrauchbar ist Weil wegen Verschleißerscheinungen Oder Verunreinigungen Verhakt sich irgendwas Im Lauf Oder so Das kann passieren Da ist eine zweite Knarre Die vielleicht Funktionstüchtig ist Und offensichtlich Nie abgefeuert wurde Weil Warum sich gegen Zombies Während Das war ja noch Au Au Warum ist diese Mondo aggro gewesen Mich vergiftet Äh Lauf Ich treffe nicht Gangbang ihn Jawoll Weg mit den Pich Jetzt ist er auf rot Oder Naja Ist in der gelben Warnung Naja gut Auch nicht besser Verzeihung Bin es einfach nicht gewohnt Zu lange aufzubleiben In meinem alter Und damit so viel Frischer luft heute Echt Die beiden Die beiden Existieren auch nur In dem duo Damit den einzelnen Im winter kalt wird Das ist schlimm Finde ich das Die waffen liegen Alle in einzelteilen Ihr seid beide Mitglieder Ach ist doch auch scheißegal Was ich sage Jetzt was bringe ich Nicht eigentlich auf Waffenschein Schraubtreif zu sein Die sehen ziemlich ramponiert aus Kann ich irgendwas abwerfen Er hat noch Platz Er hat noch Platz Das ist gut Dann nehme ich erstmal die mit Da gibt es auch magnum Das würde ich gerne Einmal austauschen Dann würde ich das Einmal verwenden Dann würde ich Aber zurücktauschen Ne Ne Zurücktauschen Okay Dann würde ich wieder wechseln Dann würde ich das Einmal kombinieren Okay Was passiert Wenn ich da drauf drücke Was passiert Wenn ich da drauf drücke Sieht gefährlich aus Ich habe Molotovs dabei Wird schon gehen Mit Gilbert Rebecca Go Ich gehe nochmal zurück Das ist alles Quatsch Was ich hier mache Ich habe keinen Ich meine Es ist ja schön Was ich hier versuche Aber ohne Taschenplatz Werde ich nichts looten können Selbst wenn da irgendwas ist Ich brauche den Ich brauche auch den Ich muss es auch aktuell mitschleppen Und gerade wenn es gefährlich ist Und ich eventuell weglaufen muss Dann brauche ich die bestimmt nicht Aber ich brauche 83 Pistolenmumpel Die muss ich mithaben Und zum Glück Habe ich dem Ein convenient Magazin dabei Und nicht den Einzelpatronen Die ich dann ins Magazin quetschen müsste Das wäre schlimm Oh guck Das sind Säuregranaten Habe ich beide Richtungen freigeschaltet Warte mal eben Ah ja Ah ja Und da ist ein Knopf I will do that One at a time One at a time Ganz langsam laufen Kampfsequenz eingeleitet Tür mitgeschlossen Was ist das? Ist das ein Hunter? Ist das ein Hunter? Ist das ein Hunter? Out of go! Kann ich mich eventuell mal wehren? Fuck off! Out of go! Wow Die sind schnell Fast and Furious Liebes Tagebuch Shit is going down Please send help She did Sie ist sein Vater Oh man Boah ich hasse solche Quests Ich hasse das einfach Ich hasse das Ich hasse das Ich hasse alles bei Resident Evil Warum ist das so? Das ist einfach Warum leben diese Viecher noch? Warum leben die noch? Die dürfen gar nicht mehr Die dürfen gar nicht mehr aktiv In dieser Hebisphäre Die dürfen nicht mehr in dieser Dimension sein Das ist einfach mal die Wahrheit So du darfst von dem toten Superzombie Darfst du nicht die Waffe nehmen Weil das wäre unfair Das ist ein Zombie nicht entwaffnen Mäh Ein toten Zombie nicht entwaffnen Aber die haben einfach irgendwelche Kampfmonster Wir haben irgendwelche Pokémon gezüchtet Ja Und den Keller gesperrt Natürlich sind die Scheiße drauf Natürlich sind die pissig Nein ist das nicht Dei Jobu Das ist überhaupt nicht Dei Jobu Das ist null Dei Jobu Don't ask me how Dei Jobu it is Null Du seh nur Dei Jobu Ja ein Stückchen nehme ich Ich muss jetzt Ich muss jetzt Das ist so schön lang Oh ja Genau da Oh das weckt Kräfte in mir Oh ja Ich gehe einfach in den Spinnen vorbei Wie ich das die letzten 100 Male gemacht habe Und Scheiße drauf Nein doch nicht Rebecca hold tight Fuck ihm ab Ich habe keine Mumpeln mehr Was soll ich das? Warum fällst du meinen Schoß ey? Falsche Frau die nachladen soll Na die zuckt noch Warum? Ja schön Der Mensch die überlegende Spezies Mit vielen Kugeln Man sollte ja meinen Dass wirklich ein Schuss reicht Man sollte wirklich meinen Dass ein Schuss reicht Für so eine Oder vielleicht Fünf Aber nicht zwei Leute Zehn Mumpeln da reinwerfen Ey Was ist das denn für eine Spine? Unser Billy Der beste Mensch auf der Welt Unser Billy Der braucht nicht viel Geld Unser Billy Hat viele Leute getötet Die unschuldig waren Unser Billy Ha Unser Billy Der liebt Haarspangen sehr Unser Billy Mag Verhütung sehr Unser Billy Mit Airbrush Tattoo Rettet er deinen Arsch Im Nu Unser Billy Nimm die Schrotflinte auf Wir brauchen die Immerhin Fräulein Wir brauchen das Wir brauchen das Das böse Schießgewehr Wir brauchen nicht die Molotow Cocktails Offensichtlich Und die Popo Mumpel Munition Kannst tierisch auch Ja Rebecca go Ich meine ich könnte tatsächlich den Granatenwerfer mitnehmen Aber Ich meine mit dem Granatenwerfer hab ich schon die Hab ich schon die Die andere Situation gelöst Ihr wisst schon die andere Situation da Knopf drücken Rechtes Knöpfchen Keine Ahnung Das ist gut dass da jetzt das Ding zu ist Ich guck mal gerade wie es gerade läuft Und wie es gerade steht Also da kommt ein Monster Der Skister ist aber zu Das heißt in der Theorie Sollte nur ein Monster da sein Also nur ein Jäger Und das ist dann der hier Ah guck mal da sieht man sie sogar leicht Das ist aber schön gemacht Von der Grafik Ja das mag ich sehr gerne Es ist sehr schön Das will ich sehen kann was passiert Knopf drücken Yes Der kann nicht zu mir kommen Ach ne es gehen alle Türen zu Na dann kann der doch zu mir kommen Äh Cola bitte Ah Ah fuck von hinten Das mag Rebecca gar nicht Geh weg Ah Oh 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 She dead Oh 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 meine Oh meine Knifte macht Klick klick Okay Hat sich das gelohnt Ein Anlageschlüssel Auch so war nett Gibt es auch Kräuter Das waren einfach Jäger Das waren einfach Hunter Warum Warum Game Erst Pest Pavian Paul Und dann noch Jäger Was kommt als nächstes Spinnen Kann ich die Magnumumpel mitnehmen Die Magnumumpel würde ich voll gerne mitnehmen Wir haben natürlich jetzt hier keine Safe Möglichkeit Wir haben alles oben gelassen Let's regroup Let's regroup Auf geht's Billi ist so gut Ich weiß nicht was mit ihm los ist aber Billi hat echt Bock Achso spinnen waren schon da ja Hab ich vergessen? Was war das Was die Fackel Ich höre irgendwas laufen Es ist kein böses monster hoffe ich Rebecca lass dich nicht so hängen komm schon Ein Anlageschlüssel kann ich Gibt es irgendetwas was ich über diesen Schlüssel in Erfahrung bringen kann Untersuchen Das ist der blaue Schlüssel Okay Blue Key Da wissen wir wenigstens zwei oder drei Stellen wo wir den nutzen können Schön wäre natürlich wenn wir irgendwelche Heilungen finden würden Es war Blue Erbs und Red Erbs Die können wir mal mit nach oben nehmen Ich meine die Haupthalle ist im Moment unsere Hub Und von da aus da schmeißen wir gerade alles hin was wir finden Also sollten wir das vielleicht auch da hinschmeißen Billi du gehst vor Bitte keine gemeinen Monster mehr hier drin Danke Okay Easy Einmal gesagt Alle halten sich dran Wir müssen doch irgendwie noch eine Batterie finden Und andere Dinge Ich weiß tatsächlich nicht ob es hier noch weiter gehen soll Weil ich finde diesen Rätselkram der hier gerade abläuft Den finde ich relativ weitläufig Also ablegen Ablegen yes Ablegen yes Ich habe wirklich eine Magnum Eine Easy Du kannst die wieder abgeben An unseren Super-Gnom Und du kannst einmal ein komplettes Magazin abgeben Den Rest nehmen wir mit Den Rest nehmen wir mit Wir können einmal speichern Auch wenn du völlig wieder im roten Bereich bist Aber das ist voll in Ordnung Weil ich weiß Du schaffst es Rebecca Du bist eine starke Frau Mit keiner Furcht Und das ist genau das was wir hier brauchen Bei Resident Evil Natürlich nach Mitternacht Rebecca 18 Oh jetzt ist sie Endlich 18 So wo ist denn der erste Blue-Key-Zeugsel Das ist nicht die Karte Rebecca Das ist nicht gut Mitten in der Nacht Milchleer machen es genauso ungesund Das ist nicht okay Da ist mal eine rote Tür Die blau ist Das für die generell nicht aufging Und da weiß ich nicht mal mehr Was für die Tür das war Also habe ich erst mal nur ein Ziel Und das ist die Tür oben Ja Okay Auf geht's Komm schon Bini Lass dich nicht so hängen Das war hier Diese gruseligen Geräusche Immer in diesem Raum Das war ich immer angstlich Was verbirgt sich Hinter Tür 1 Sie haben den Anlage geschlossen Diesen Schlüssel brauchen sie nicht mehr Ich habe den tatsächlich Nur für eine einzige Tür gebraucht Den blauen Schlüssel Well played Resident Evil Wow Brotkastenraum Easy Big ich mal rein Hallo Magieren ist völlig woanders gewesen Oh meine Kamera ist total oft Seht ihr auch Ich gucke immer auf die Brust Viel besser Warum Warum ist das passiert Warum Warum ist das passiert Wir haben keine Granaten mehr In meinem Granatenmeerer Habe ich die Säuregranaten aufgehoben Waren die einfach weg Ich hole mir mal unten die Feuergranaten Warum sind diese Monster da Diese Monster sind mega gefährlich Die sind nicht Die sind nicht nice Diese Könnt ihr nicht tragen Wieder der falsche Knopf Ich kriege es nicht hin Mit der Steuerung Das ist kein Scheiß Kombinieren Austauschen Nimm du mal wieder den Mumpeläden Dankeschön Nimm die jetzt Los Granate nehmen Ich finde es trotzdem merkwürdig Dieser ist nur für eine einzige Nein ich möchte es nicht Nichts Schrotflinte stopfen Obwohl das glaube ich Beim Granatenwerfer relativ egal ist Ob er Gut ich meine die Granaten sind Minimal größer Als die Schrotflinte vom Lauf her Aber pfff Die Schrotflinte könnte es auch abfeuern So ist es nicht Dafür ist die Schrotflinte da Um alles Du kannst alles rein stopfen Das feuert alles ab In der Theorie zumindest Wie bei einer guten alten Büchse Messer, Gabel Kannst alles rein werfen Geht schon Hauptsache es hat antrieblich Schießpulver oder so Schöne stopfen in den Lauf Vor allem ich habe kein Leben Für Rebecca I go alone I go alone I go alone I make this alone You stupid fuck Ah Was ist die Wand Du Arschloch War viel zu essen Ey Für eine Granaten zu viel Shit Ah Uneffizient Mega Uneffizient Hallo Ein Klavier Oh nein Not this shit again In jedem Resident Evil Gibt es ein Ein Klavier Und ich kann nicht In die Bar gehen Ob ich einfach mal das Klavier Spiele mit Billy Ich bin I'm impressed I'm impressed I'm fucking impressed Was soll ich dazu noch sagen Grabwächter Was soll ich dazu sagen Oh hier steht ein Klavier Oh ich hau mal eben einen raus Kein Ding Ich mach dir den Mozart Baby What the fuck Ey Ich weiß auch was Billy in dem Barstum Mal gemacht hat So Billy steckt voller Überraschungen Ich will das nicht hören Boah der ist auf gelb Der ist auf gelb Wegen dem einmal beißen Von dem Typen Eine Batterie Ist das eine leere Flasche Rap Rap Komm mal ran Keine Lady hat es eigentlich gelernt Wie man Klavier spielt Das ist natürlich korrekt Eine leere Flasche Billy Du kannst sie nicht mehr tragen Ich verstehe warum Der Kasten ist voll Batterie mitnehmen Da Warum Achso Ja ok Dann packe ich die Batterie wieder da rein Eine Batteriehalterung Das wäre jetzt geil wenn einfach ein Zombie hinter stehen würde Oder das ist ja ein guter Überraschungseffekt Ich frage mich was ich genau machen muss Ich meine hier die Batterie rausnehmen Ist easy Und dabei hat Rebecca halt in dem Raum drin Ist ja egal Das ist die Frage was ich von der anderen Seite machen kann Ich spiele einfach nochmal das Klavier Easy Das ist das einzige Lied was er kann Ich spiele den gleichen Song nochmal Billy Ich verstehe nicht warum das Ding jetzt wieder aufgegangen ist Hört auf euch die Seiten zu halten Hier war ich Ja ja auf geht's Die haben echt Da steht Die haben ein Schild Mit Pianobar In dieser Pianobar In der Villa Oh fuck Ich frag mich auch Ob die McDonalds hier drin haben Ohne scheiß Die haben bestimmt ein Mac Ist hier drin Ich würde den Halsgebiss nicht auf die Seite halten Ja Das ist halt wenn du so doof bist Und ich weiß wer der Schmerz ist Das ist dann halt Naja Die Fleck man Wie geht's Wir gehen speichern Ich würde nicht sagen Man könnte Medizin mit irgendwas herstellen Aber ich habe sogar tatsächlich noch Platz Ich habe tatsächlich noch Platz für so etwas Ich glaube ich habe genau in die Screen Transition Da habe ich genau meinen anderen Speichermeister gelegt Das ist nicht gut Das ist nicht gut Naja gut Ist ja nicht so schlimm Ist ja nicht so schlimm Das mache ich jetzt hier mit den Sachen auch nochmal Guck hier Zack Ablegen Zack Achso die drei Flaschen lege ich auch ab Könnte ich noch mehr Molotovs machen Jetzt gehe ich raus und das ist ein böses Monster 100% 100% Und dann sterben einfach direkt beide Da bin ich froh und glücklich Und dann muss ich gucken wo ich wieder Nö das ist vollfriedig Die Zombieapokalypse ist nur im Haus Auf der anderen Seite habe ich gar nicht mehr so viele Zombies gesehen Seitdem die Paviane rumrennen Wenn ich das ehrlich sagen darf Muss ich jetzt tatsächlich da hochrennen Wir gehen zusammen Billy Wir trennen uns die wieder Wo muss ich denn noch mal hin Ah ein oh Hoch und rum So kann ich mir das am besten merken Hier rein Und dann rum Wie mein Lieblingsgetränk Mann Hier bei mir ist alles mega mehr als gut Ich habe mich einen Film verloren So wie wenn ich Somstags Mittags streamen Das war ja auch schon mal gemacht haben Da ist die Leitung 100% gut Komm Billy Komm Komm fix Komm komm schnell Wo sind diese Zombies Wo sind die Wo sind die Billy Wo sind die Zombies Ich habe vergessen Autoaufzug Wie mache ich denn den Aufzug an Dann latsche ich wieder runter Habe ich irgendwas übersehen Äh nein Äh nein Äh extra Wird keine Gewohnheit Ein Glück nicht Und in der Woche kann ich sowieso nicht machen Am Wochenende wird es mich total aus meiner Bahn hauen Dass ich dann in der Woche normal arbeiten gehen kann Also das ist kein Das ist definitiv kein must have Um die Uhrzeit zu streamen Definitiv nicht Definitiv nicht Kann ich aber nicht So ich habe das Und ich weiß nicht wie ich da hinkomme Um den Aufzug zu machen Bibli Babli Bubli Was soll ich tun Keine Ahnung Danke für das Kompliment Ich weiß ich habe eine sehr Einflößende Und furchterregende Stimme So Ähm Ah Okay von mir aus Da Aufzupenutzen Lame stick hat 10 ever Ich gehe da alleine hinterher Ich muss Ich muss Eine Sekunde Allein sein Rebecca Geh bitte darüber Danke Hä 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 Warum begrüßt du Trolle Das ist doch Quatsch Äh 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 Schieb 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 Oh Oh das ist eine Kante Wow Damn Graphics Ja Jetzt stehst du da oben drauf Sehr gut Äh 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 Das musst du einfach Billy machen Rebecca schafft das nicht Nix Persönliches Hier ist Hier ist etwas Dieses Papier können sie nicht tragen Oh Traurig Rebecca Ich brauche einen Packesel Komm schon Was da hoch soll ich gehen und dann soll ich mit meinen kalten Toten irgendwas greifen kann ich Easy Easy Komm bitte mit Ich meine Tafel 1 haben wir jetzt offensichtlich Ah ich sehe wie du mir folgst Billy Komm Du schlaffe Nudel Ich gebe alles Äh Äh Wo gehen wir das nächste hin Ähm Die Karte bitte Auch mal in dem in dem in dem in dem in dem broadcast wo man seine in dem weiß ich nicht was das genau aus im fernsehraum ist noch richtig viel los denn da hinten sind da noch richtig viele räume das ist nicht gut Weil die beiden sind sowas von angeschlagen Jede Zug Ich will nicht zum Zug Ähm Jede Kleinigkeit wird dir jetzt äh Um den kleinen Finger wickeln Mehr können sie in diesem Raum nicht ablegen Wow das hat noch nie jemand zu mir gesagt Schatz findest du der Raum ist zu viel dekoriert Wie wäre es wenn ich doch diese Traube Sie können diese Traube nicht hinlegen Der Raum ist zu viel dekoriert Oh Das Dekorationslimit ist erreicht Tut mir leid Sorry Rebecca Ich will den anderen Raum scheiße werfen Geht auch Ja Für mich ist es auch wirklich jetzt warte mal wir tun aber immer noch die Dinger weg die speicher retten wir noch zwei stück Wäre jetzt alles nicht so schlimm ich meine wir haben noch einen Kanister mit Benzin und äh Habe ich monotars mit Ich könnte noch mehr monotars machen bevor wir jetzt irgendwo abhauen Hätten wir vielleicht vorm Speicher machen sollen Wir sind das IT-Management so ein bisschen Ihr wisst schon Ah da ist der andere Ich hab sie vermisst Ich wusste doch ich hatte hier mehr von dem Zeug Beziehungsweise nehmen Ja Den beiden gezügig wieder blendend Hat bitte eigentlich wieder eine einzige Magnum dabei Eine Magnum Keine Wimsel Da kann die zweite auch mitnehmen Kombinieren So Das können wir ihn hier nehmen Unseren frechen Frechdax Der kann die zweite Magnum mitnehmen Und jetzt können wir die beide wegwerfen Neun Magnum What? Warum war bei dem einen da nur eine einzige? Rip off So wir nehmen die Ribbons Mit dem ja Und wir nehmen diese Ribbons die ihr alle gesehen habt Die schmeißen wir jetzt hier vorne hin Damit wir die nicht versehentlich nicht sehen Ähm Jetzt haben wir wieder genug Platz damit Rebecca die Tafel hier hin werfen kann Das Dekorations Limit ist Besiegt Deswegen hab ich heute übrigens auch meine Brille auf Bei so einem späten Stream Aber ihr wisst ja ich brauch die Brille nicht Das ist eine reine Luxus Bildschirmbrille Und die hab ich wirklich nur deswegen an Weil jetzt so spät ist Und damit morgen nicht meine Euglein wehtun Das ist kein Witz So bin ich zu mir selbst Ich hätte nochmal Das Problem ist wenn ich jetzt irgendwo draufgehe Was passieren wird Dann kann ich jetzt Item Management 3 wieder machen Naja Egal Verzeihung für das Gäne Für die Gäneritis aber Es ist wirklich spät und ich war heute wirklich viel unterwegs Ah Bitte mich nicht töten Kleiner Wurm Kleiner Wurm Kleiner Wurm Das wär sehr schön Ok Verbrannt Und Tü Nr. 1 god Boah Bollon Weg Ich fühle mich leider noch zugeschossen Verschiedene Werkzeuge und Messgeräte liegen auf dem Tisch. Im Schraubstock ist eine Steintafel eingespannt. Der Griff fehlt, daher ist der Schraubstock nutzlos. Hier sind vier Schraubstücke. Da vorne ist ein Griff dran! Nimm den Griff! Nimm den Griff! Nimm den Griff! Nimm den Griff! Moins! Mumpeln! Ich habe das Gefühl, hier passiert mehr... ... als ich gerne haben möchte. Kombinieren, austauschen... Oh ja, lass uns doch ein bisschen austauschen, Billy! Speichel zum Beispiel! So, top off! Okay, perfekt! Flaschen nehme ich auch noch mit! Wassers vermisste nicht! Fast alle Geräte stark abgenutzt! Das sah aus wie ein Mini-handlicher Schraubstock, den man hätte mitnehmen können! Fuck! Knuckles! Laborgeräte! Nichts Interessantes! Aber netter Raum zum Heilen! Okay, also... Wir brauchen wieder etwas für einen Schraubstock! Sehr gut! Diese Viecher bringen mich voll aus der Bahn, Mann! Fuck you! Guck mal, er ballert auf die volle Möhre! Und ich habe es nicht geschafft, einen Mautof zu werfen in der Zeit! Instant-gelbe Warnung, ey! Zum Glück waren wir gerade wieder auf voller Möhre, doch! Vor allem, es erscheint einfach! Es erscheint einfach! Billy! Billy, 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 Billy! Und das ist in diesem Tonbandraum, oder? Ja! Mir fällt gleich die Augen zu! Also, ich soll mitternachts-TV machen, aber... Seht ihr, was ich meine? Es haut einem voll aus der Bahn an! Ich kann das auch nicht ewig! Mir ist auch müde! Mir ist richtig müde! Aber... Mir ist auch wissen, dass ich müde! So, wir wissen, dass der Penner hier drin ist! Wir nehmen die Mollos! Gehen hier rüber! Wir werfen den ab! Er macht die super harte Verwandlung! Wir werfen den ab! Wir machen den super... Oh, oh! Oh! Oh, oh, oh! 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 wieder ein Molo zu viel ist egal wir haben noch ein Molo, komm schon Leute sieht aus, als wären diese Geräte jetzt künstlich benutzt worden aha ein Schraubstock natürlich bewahre ich den hier im Geräteraum auf das ist klar oder das ist kürzlich benutzt da ist eine Schraube die ist sehr schön dargestellt ah siehst du dann sprechen wir fast eine Sprache ich bin 20 um 6 aufgestanden und das ist wirklich früh aber ihr habt ja gehört gesundheitlich ist im Moment auch was heißt gesundheitlich ich hab halt irgendwie irgendwas eingefangen Magen nicht im Stream irgendwas Magenmäßiges und wir waren heute den ganzen Tag unterwegs schon durch meine Frau eine Freude machen wollte und mir selbst auch es ist mitten in der Ladezene gewesen das hat mich jetzt nicht erschreckt damit kannst du mir nicht kommen ein Schraubstock ein Griff fehlt ich habe einen Schraubstock der lag da rum wow stand der Obelions drauf oh ansamkeit ja cool noch so ein hässliches monster nein gut dann können wir jetzt gehen nach hause nochmal speichern vielleicht ach hier sind überall diese Würmer das ist so ekelhaft aber die erschrecken mich nicht so dieses laute dieses laute und da steht dieser grüne Typ vor dir das ist das ist wirklich erschreckend das ist wirklich erschreckend und ich habe nicht einen Frame verloren ist das nicht mal schön jetzt mal ohne Scheiß ist es nicht schön wenn das einfach mal so entspannt funktioniert oder ich fand diese Folge mega entspannend auch mega witzig und das ist einfach weil ich mich einfach darauf konzentrieren kann das was ich mag zu tun nämlich abzumoderieren an dieser Stelle aber auch vor allen Dingen Resident Evil zu spielen und einfach die Spiele zu genießen und mich auf meine beiden Freunde zu konzentrieren die beide definitiv die sind beide ganz süß aber halt auf eine Art und Weise die ich nicht beschreiben kann Na hallo ihr Süßen ihr könnt mich auch nicht im Speicherraum erschrecken nichts kann mich erschrecken nichts nichts so es ist ja auch nach Mitternacht und ihr seid hier in meinem Reich und dankeschön dass ihr dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Resident Evil ich hatte mega viel Spaß und ich bin froh dass wir das weitermachen konnten und können ähm und äh ja wenn ihr das ganz unterstützen wollt schaut euch bei Twitch rein meistens ab 20 Uhr ähm viermal die Woche sogar und sonst bei YouTube zu nachschauen immer das was gerade da war im Archiv einfach folgen abonnieren liken fan werden grabwächter werden und bis zum nächsten Mal ciao Spiel beenden nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren das ist gut